Allah Ta'ala sagt, dieser Ayah ist sehr interessant und sehr wichtig, weil dieser Ayah ist wie der Hadith von Jibril. Ihr kennt den Hadith von Jibril, wo er zum Propheten kam, in Gestalt eines Menschen, der hat gefragt, was ist der Islam, was ist der Iman, was ist der Ihsan. Und der Prophet hat in all diese drei Komponente des Islams sozusagen in einer etwas detaillierten Art dargestellt, auch wenn es nicht ganz detailvoll war, aber einige Details hat er genannt. Die Ahle der Ilm sagen, dieser Hadith ist der Islam, dieser Hadith beinhaltet den gesamten Islam. Und diese Ayah, von der ich rede, sie beinhaltet auch den gesamten Islam. Das heißt, wenn dich jemand fragt, was ist der Islam, dann kannst du ihm diesen Vers vortragen. Allah Ta'ala sagt, er sagt, Es ging hier um den Wechsel der Qibla von einer Richtung in die andere. Und die Leute haben sich dann darüber gestritten, die Muslime haben sich mit den Ahlul Kitab darüber gestritten. Welche Qibla ist denn jetzt vortrefflich? Unsere Qibla in Jerusalem hier, das ist der Ort der Propheten gewesen und die Qibla der Propheten. Und ihr habt ja auch hierhin gebetet. Und jetzt wechselt ihr. Und dann haben sie sich darüber gestritten. Derartige Streitereien gab es auch in anderen Dingen, werde ich gleich ein Beispiel noch nennen. Allah Ta'ala sagt, die Frömmigkeit liegt nicht darin, also ist nicht bloß die Form. Ich rede immer von Formen. Es geht nicht wieder um diese Form, einfach nur die Gebetsrichtung zu wechseln. Es geht nicht um die Form, es geht nicht um die Bewegungsgründe, was dich dazu gebracht hat. Warum hast du deine Richtung geändert? Und dann sagt Allah Ta'ala, Also, Das ist nicht die Rechtsschaffenheit und die Frömmigkeit, die Gebetsrichtung zu wechseln. Was ist die Frömmigkeit, was ist Rechtsschaffenheit, was ist der Islam? Dann sagt er, Das sind die fünf Imaninhalte. Aber die Frömmigkeit ist die Frömmigkeit dessen, wer an Allah glaubt. Und dann nennt er diese fünf Säulen das Iman. Das sind innere Aspekte. Also hauptsächlich, grundsätzlich ist der Iman etwas vom Herzen. Und das hat nichts mit der Akhida der Mujia zu tun, dass wir sagen, der Iman besteht nur aus inneren Überzeugungen. Hier geht es darum, dass der Iman aus dem Herzen sozusagen entspringt. Er kommt aus dem Herzen. Er kommt aus dem Herzen, hat dann natürlich Auswirkungen auf den Körper und auf die Ausgang. Das ist nicht die Sache. Und danach, jetzt kommt der interessante Punkt. Das kann ja noch nicht alles gewesen sein. Es gibt ja noch viele andere Sachen. Was ist dann der Iman? Was ist die Frömmigkeit? Jetzt schaut auf die Reihenfolge. Und dann? Allah Ta'ala sagt hier, danach, also nach den fünf Säulen des Iman, aber der Iman sind die fünf Säulen. Und dann, und wer sein Vermögen auf dem Wege Allahs gibt, den Nachverwandten, den Weisen, den Bedürftigen, zur Befreiung der Gefangenen und so weiter nennt, er nennt einige sozusagen Stellen, wo man das Geld ausgeben wird. Dann, ihr seht, das ist etwas Soziales. Das hat nicht nur mit dir zu tun, sondern das hat immer mit dir und mit einem anderen zu tun. Aber in Form der Ibadah. Und dann kommt das Gebet. Nach all diesen, nach dieser ganzen, nach dieser ganzen Palette an Handlungen, kommt das Gebet. Das ist nämlich nur eine Sache zwischen dir und Allah Ta'ala. Davon profitiert kein anderer. Und dann nennt er die Sakka. Und dann kommen wieder, also wenn hier zwei, ich nenne es mal körperliche Handlungen genannt, zwei körperliche Handlungen. Und dann kommen wieder innerliche Aspekte, was Sabirin und die, die geduldig sind. Die geduldig sind bei Not und bei Bedrängnis und im Krieg. Das sind wieder innere Aspekte, die Geduld. Wir sehen also, wir sehen also hier im Zentrum und im Kern der ganzen Sache, das Iman steht, das Herz. Und dazu kommt auch gleich nochmal ein Hadith, den werden wir nochmal sehen. Amen.